Wie cool die auch einfach sind, ne? Findet die voll cool. Und das Leder, glaube ich, brauchen wir für die Winter, ihr wisst schon, Schneelandschaft. Nein. Weil das Zeug macht warm. Jetzt haut er ab. Ja, er weiß schon warum. Ich hätte auch Angst. Da steht er einfach mitten da drinnen. Wo seid ihr denn? Alexa möchte Trolle killen und ich bin noch gerade am Verhungern. Ja, okay. So, jetzt das Speer. Ich bin auf dem Weg. Gut. Gute Art. Ja, die Richtung ist gut. Da werden sie geholfen. Da werden sie geholfen. So, okay. Fertig. Warte, ich muss erst mal was essen. Stimmt. Ein Nixen, Schwänze. Also, irgendwer ist schon wieder vor mir. Das kann doch. Das kann eigentlich nur der... ...Reha sein. Hä, ich komm zu dir. Ja, von oben. Aus dem Dunkelwald kommst du. Ja, ich hab doch gesagt, aus dem Norden. Da ist er. Was ist das da vorne für eine Steinhütte? Ist das die Steinhütte, die ich schon mal gesehen habe? Ja. Guck mal, und hier hinten ist der Troll. Die ist leer, die Steinhütte. Hier ist... Ja, jetzt. Hier ist der Troll. Aber in so einem Steindingern ist oben drauf doch immer eine Kiste. Ist das so? Nicht immer. Also, meistens, ne? Hat er mich schon gesehen? Oh Gott. Guck mal, wenn man hochklettert. Was haben die denn für eine... Pass auf zurück. Da ist ein fein Bogen. Komm. No risk, no fun. Ja, das sagst du so. Das sagt der, der nackig IQ macht. Ah, da bin... Ah, jetzt verstehe ich das. Ich treffe schon, wer er nicht hat. Gut, doch. 21 Schaden aus dem. 30. Oder bist du das? Nö. Also, Kopf ist gut. Kopf ist gut. 34. Danke, Obst. Jetzt, äh. Nö, 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 nö. Kannst du mich gar nicht fressen. Aber wieso tuckt er sich denn immer die Sau? Uhuhu. Oh, immer die Achsel. Der war gut. Oh, geil. Ja. Links an die Trolltöterin. Glückwunsch. Münzen, Trollleder. Soll ich das Trollleder schmeißen, damit jeder die Rezepte oder was? Kriegen wir da Rezepte, ja, ne? Ja. Soll ich das mal rauswerfen? Also, ohne jetzt zu spoilern, ne? Aber das ist keine Rüstung für Warn. Das ist eine andere Rüstung. Gibt's noch eine andere? Ja. Hier. Nimm es doch erstmal mit und dann nachher in der Base kann doch jeder mitnehmen. Da kam der Lut. Ich hab da mal drei hingeschmissen. Einen hab ich jetzt erstmal behalten. So. Lut? Wo ist Lut? Wo ist der fünfte? Du kriegst immer fünf nochmal. Nee. Ich hab aber nur vier gehabt. Nee, ich kriegst fünf sein. Ich hab nur vier gehabt. Dann musst du nochmal die Stelle absuchen, wo der liegt. Da müssen fünf sein insgesamt. Wo war das jetzt? Das ist pro Troll fünf Stück. Oh, ich baue um. Ah, okay. Wo war denn das jetzt hier? Kann man... Ich weiß es nicht. Also, ich hab hier keinen weiteren mehr gehabt. Also, ich hab drei aufgehoben gerade. Ja, ich hatte... Genau, hab ich drei geschmissen. Ich hatte vier im Gepäck und einen hab ich noch. Ich hab auch noch einen. Ja, sag das doch, Mensch. Aber dieser Typ... Ich hab euch warten, bis hier das ausgestockiert hat. Boah. Warum denn gleich die ganze Spannung rausnehmen, gell? Oh. Wo ist eigentlich der Ben? Ich bin in der Base. Wieso kommst du nicht her? Ja, weil ich hier noch am Ausdingsbumsen bin. Ich möchte ja hier mal... Ah, am Ausdingsbumsen. Boah, neues Herstellungsrezept. Hier, guck mal. Oh, viel mehr Tante hier. Was? Exxam, hier ist Zink. Vollkratz auch schon hier. Zink. 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 Der kleine Bruder vom Zink. Juhu. Anu-Fink. Exxam hat auch einen Freund. Und merkt es nicht. Ja, ich mach den mit der... Ach, der haut. Der geht schwimmen. Der geht auch schwimmen. So. Mann, Hu. Was war das eben mit Streamer, Tante? Ja, komm her. Volkmar hat schon richtig... Volkmar. 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 Es ist... Hier ist erstmal Hugin. Moment, ich muss kurz mit Hugin reden. Du hast etwas erst gefunden. Ja, danke. Das ist schön. So. Ja, da ist ein Ping. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ein Dungeon. Yeah. So, okay. Hier laufen alle Elektronen hinterher. Aber mein Loot ist fast voll. Ich hab keinen Platz mehr. Wir haben noch alle Platz. Wir gucken dir. So, Hugin. Schätze, unter der Erde, überall in der zehnten Welt existieren Höhlen und Dungeons, Monumente der Vergangenheit, die mit den Reichtümern längst vergessener Zivilisationen gefüllt sind. Vergiss nicht, eine Lichtquelle mitzuführen. Wollen wir ein Lagerfeuer gleich vorne reinmachen? Nein. Das war die falsche Antwort. Würde nicht gehen, oder brauchst du eine Werkbank? Nein, brauch ich nicht. Du nicht. Was? Ich bin draußen. Hacke, Peter. Es wird eingezündet von Lächshand, glaube ich, nicht. Ich komm nicht rein. Wie? Lass mal nochmal rausgehen. Ne, ich komm nicht rein. Das blockiert steht hier. Weil da nur zwei rein dürfen, oder? Du bist ja draußen. Ja, ich bin draußen. Ich probier's nochmal. Da ist da jetzt drin. Hacke, Peter. Nachdem ich angezündet wurde, als ein Skelett gekommen hat, gesagt, hier, Gelbhardi. Betreten ist kein Problem. Ne, also ich komm nicht rein. Er sagt blockiert bei dir. Guck mal jetzt nochmal. Geh nochmal alleine. Ne. Ich bin wieder draußen. Mach mal dein Lagerfeuer da weg. Aus dem Ding. Meinst du, das liegt daran? Steht blockiert bei mir. Warte mal, ich mach mal das Lagerfeuer weg. Und dann gucken wir mal. Oh, ich komm wieder raus. Nö. Blockiert. Kommt der Ben rein? Ich kann rein. Hä? Das verstehe ich nicht. Also musst du verlaufen. Okay, sonst lock dich mal bitte aus und wieder ein, äh, Zibyl. Äh, Zibyl? Sie wollte folgendes noch nicht sagen. Ich auch. Genau. Hat sie doch quasi. In der Heimfahre. Ach ja. Aber auch schön Lagerfeuer hingestellt. Direkt da, wo Hackepeter stand. Ach ja, herrlich. Ja. 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 Stehe ich schon bei euch da wieder? Ich höre das Plätzchen außenrum. Ich sehe dich noch nicht. Wo ist eigentlich Futschi? Ah, jetzt. Wo ist Futschi hier? Äh, der hat die Taschen voll und muss, äh, erstmal blockiert. Hä, warum? Ich weiß es nicht. Komm her, du Goblin. Erklär mir das. Äh. Woran liegt das? Dr. Google weiß bestimmt Bescheid. Hast du irgendwie, fehlen dir irgendwelche Skills? Das hängt schon ganz schön gemeint von mir. Level, ne, Level haben wir ja hier nicht, ne? Irgendwas. Dungeon, blockiert, was sagt denn Google? Blockiert. Ja, muss da, muss da irgendwas liegen. Google das mal. Yay. Ich bin doch ein Troll. Ähm, hm, 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 hm. Dennoch kommen sie die Meldung blockt vom Dungeon erhalten. Liegt dies an einer Serververzögerung? Das könnte auch diese Nachricht auslösen. Okay. Starten Sie den Server einfach erneut. So weiß ich, ne? Ich soll jetzt den Server neu starten? Ich bin jetzt da zumindest in die Internet. Soll ich das machen? Na gut, ihr kommt ja rein. Ja, aber das ist doch kacke. Wo ist Futschi? Futschi, guck du mal, ob du reinkommst. Dann wollen wir ja alle rein. Sonst machen wir kurz mal hier in Neustadt. Ja, dann dauert er nicht lange bei dem Spiel, Gott sei Dank. Wollte ich was sagen. Ist ja nicht A. Spornen wir denn, aber wir spawnen dann wieder in der Base, ne? Kann das sein? Nein, nein, nein. Wir spawnen hier. Wir spawnen hier. Wir spawnen, ja. Okay, warte, ich logge mich mal aus. Futschi, Svenson. Ja. Warte, warte. Ne, unsere Base mit mir gerade angegriffen. Äh. Also unsere hier nicht. Okay. Okay, dann lock ich aus und machen eine Lulu-Lulu-Luftholpause. Bin gleich wieder da. Oh, eine Lulu-Pause wäre auch super. Bis gleich. Bis gleich. Mann. Können wir alle eine Lulu-Pause machen, oder? Lulu. Hochziehen und runterschlucken. Mach ich schon seit drei Stunden. Hm. Drei Stunden. Also ich logge jetzt aus, oder? Und dann... Wenn, ne? Wenn Sibyl nicht reinkommt, geht's ja eh nicht. Futschi, kann ich eben? Oder hast du irgendwas? Ich bin draußen, ja. Ich bin draußen. Okay. Dann gehe ich jetzt auch einfach. So, auslocken. Wollen wir das Spiel komplett neu starten? Ne, ne? Ne, es geht nur was von Sibyl neu starten. Okay, gut. Oh, ich wurde einfach vom Server geschmissen. Was ist das? Wenn du nicht rausgehst. Kann man eigentlich einen Server mieten und dann das Savegame, beziehungsweise das Savegame rausspielen? Ja, kann man. Ja. Was kosten Sie aber? So, ich brauche das Passwort. Zwölf. Aber waren die, äh, nicht irgendwie in der Kritik, die, ähm, die, äh, Server, die du bestellen kannst, dass sie noch nicht so richtig funktionieren? Keine Ahnung. Muss ich mal jetzt mal Pummelvieh fragen, die hätte das auch mal irgendwie gehört. Wer hat denn so'n Server gehabt, jetzt von uns aus der Community, irgendwer? Hashtag. Der Hashtag hat er. Ach ja, Hashtag hat er auch unser Server, ja, genau. Wenn der noch da ist, könnte der sich ja mal äußern. Ist er da? Wo er ihn hat und, äh, wie stabil das alles funktioniert. Ich seh ihn jetzt hier nicht. Tobi hat er ja auch einen, ne? Jetzt wohl nicht mehr scheinbar. Wollt ich nicht. Weil irgendwie sein, sein Discord auch nicht mehr da ist. So, ich bin drin und ihr könnt scheunen. Ich wollte gerade sagen, wieso ist mein Charakter nackt, aber... Ach, dieser Typ, ne? Hat er mich hier schon wieder eingebaut? So, wieder da. Hey. Jetzt passt der Typ. Ist, äh, neu gestartet? Ja. Okay. Oh, jetzt hab ich die Handwerksstation kaputt gemacht. Na toll. Was war ich? Ah. Passwort ist... Strong C. Strong C. Strong V. Ja, und da ist es Strong V, ja. Eigentlich gibt's hier ja eine Matheaufgabe, die musst du einfach mal lösen. Und das Ergebnis, die Wurzel aus drei. Wehe, das geht jetzt hier nicht. 42. 42. Diese Kacke. Verdammt. Hm. Ich warte hier. Soll ich ein Lagerfeuer bauen? Oh, nein. Brauch jetzt einfach eins. Jetzt bin ich drin. Nein, aber ich kann kein Lagerfeuer mehr bauen. Doch, kann ich. Ich bin gelockt. Kannst du nicht mehr. Fehlende Voraussetzung, weil ich keine Steine mehr habe? Hier sind Steine gerade gewesen. Warte mal. Bleib mal stehen. Ja. Ich habe nur fünf. Okay, ich glaube, das reicht. Ja. Da haben wir hier gleich so ein Lagerfeuer. Das ist ganz cool. Ah, jetzt klappt es. So, jetzt müssen alle reinkommen, hoffentlich. Jetzt gehen wir Rauchvergiftung. Geil. Ja, wenn man jetzt zu dicht dran ist, kann es böse werden. So, dann komme ich mal wieder zu euch. Können wir mal links oder rechts einmal abbiegen. Nein, warte doch. Ja, ja, wir warten. Wegen der Rauchvergiftung, meine ich. Das ist doch egal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ach, du bist doch ein Horst, echt. Hör doch mal auf, jetzt im Lagerfeuer rumzulaufen. Die menschliche Fackel. So. Zwei fehlen noch. Nee, ich stehe draußen. Komm doch rein. Rutschi? Auf dem Weg. Wir haben jetzt gar gemütlich drei hier drin. Ah, man kriegt ein gemütlich bar für Stein. Da wegen des Lagerfeuers. Voll schön hier bei uns im Dungeon. Wir brauchen unbedingt eine Hütte, wo wir alle Ressourcen sammeln, wa? So eine Lagerhalle. Ja. Eine Lagerhalle, wo unten noch alles schön offen ist, wo nachher später die Schmieden und so hinkommen. Ich krieg Rauchvergiftung. Schaden. Halt sie los dran. Sehr gut. Es wird nur noch Fucci. Ja. Alle am sterben hier. Aber nicht wegen der Skelette. Guck mal, warum nur ich? Weiß nicht. Hast du das nicht geskillt? Was? Bei Rauchen. Rauchen. Raucherlunge. Raucherlunge. Die hab ich geskillt, ja. Ach, was ist denn mit da Ben? Was ist denn hier? Ich will doch nur ein bisschen trainieren nebenbei. Wir warten doch hier noch. Keine Ausdauer mehr, verdammte. Ich weiß nicht. Hallöchen, Frozen Heart. Hallöchen. Ich hab'n. Warum hast du schon ein Schild? Wir sind, hab ich schon direkt vorhin gebaut. Ich hab' alles. Warum hast du ein Eisen, warum hast du ein Eisen-Dings? Leder. Ist alles Leder. Ich hab, ich war, äh, jagen. Ich hab' nicht mehr Eisen. Ist aber Leder. Kannst du jetzt aufhören? Wir müssen jetzt, äh, uns hier konzentrieren auf die Grabkammern. Was? Dann geht's alle da, oder was? Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja lustig werden. Das wird richtig lustig, ja. Blocken üben. Boah, Knochen. Das war schon hier? Okay. Ist ein cooler Dungeon. Ich hab' keinen Platz mehr im Inventar. Ich bin Fackelträger. Ich hab' keinen Platz mehr im Inventar. Es ist bloß blöd, dass man den Namen gesehen hat, aber ja. Nichts mehr? Okay. Da war nichts. Doch, nackter Mann. Hat schon jemand einen Södling-Kern rausgeholt? Weil da war nämlich ein Ständer, aber keiner mehr drauf gewesen. Stimmt. Oh, das arme Skelett. Lass ihm doch ne Chance. Da ist nix mehr, Legs dann. Hä? Oh, nix mehr, äh, vorne. Hier ist irgendwas. Oh, sogar ein, äh, ein besseres Beleck. Oh Gott. Macht der Giftschaden? Ja, der macht Giftschaden. Ja, das ist nicht gut. Mist. Au. Komm her, Bruder. Da sind die Södling-Kerne. Boah, fünf Stück sind da. Oh, hier sind richtig viele. Damit mal ein. Ich hab gar keinen, ich hab keinen, kein Slot mehr frei für nichts. Okay. Wir brauchen fünf für eine Spiegel oder für irgendwas anderes. Wir brauchen fünf Skelette. Hier waren ja dann schon sechs Stück oder sowas drin gewesen. Oh, Bernstein-Perle. Uh. Ich hab jetzt schon fünf im Inventar. Okay, sehr gut. Hier ging's noch runter, ne? Ja. Ach, geht's da unten? Ja, aber ist nur ein Pilz. Bisschen Fußpilz. Haha. Ja, schöner Dungeon. Hat Spaß gemacht. Der war riesig. Das war, das war richtig gut. War Event. Richtig heftig. Spawn die eigentlich auch wieder neu? Nee. Nee. Also Lagerfeuer, dann wissen wir, wir waren hier. Ich mag hier müssen wir auf der Karte mit. Ja, oder, oder so. Steffi fielst auch total. Braff. Total krass drauf, weil das so ein krasser Dungeon war. So wie der Nachricht. Braff, okay. Der war richtig heftig. Richtig doller Dungeon. Ey, ich, 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 ach, man. So, die nächsten Dungeon macht Lake Thunder Reiner. Wir werden trennen hinterher. Ich brauch erstmal, ich hab gar keinen Platz in meinem Inventar. Ja, schmeiß raus, hier gibt's genug Loot. Geile Leute. Ah. Die brennen. Ja, guck mal, ich hab hier einen. Dann nimm du mal bitte dieses, dieses Leder hier, das Blaue. Das Trollleder, ja. Ja, weil was soll ich jetzt hier mit einem Ding? Ein Stein, drei Holz. Hier nimm die ganze Scheiße. Diese komischen Pilze. Ey, ich will das da auch nennen. Wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten noch zehn, Zinn, Zinn. Ja, geht her, alles. Ich hab noch, äh, zwei Platz hier. Dass wir das, dass wir das bisschen stacken können hier so ein bisschen. So, das ist der Rest behalte ich. Und hier Kohle. Bitte. Ja, danke. So. Vorne Richtung Süden kommt ein grünen Auge. Richtung Süden? Ab in den Süden. Der Sonne hinterher, wie du was geht. Ey, hier ist eine Ritte, was da hier ist. Oh, die sind nicht ohne, ne? Oh. Schamanen, ja. Die sind zwei Stück hinter, glaube ich. Super. Oh, ich hab keine Ausdauer verdammt. Oh, nein. Svenson. Ich stinke. Oh, nein. Ich glaub, mit Bogen ist besser, wa? Ja, genau. Am besten dazwischen. Ohne Ausdauer geht das auch nicht. Oh, hier unten ist noch einer mit einem Stern. Oh, hier sind, ui. Aua. Oh, hier ist ein grüner Auge. Ui. Ja, hier sind ganz viele davon. Ich bring mal ein paar mit. Ein paar. Ja, drei Stück. Oh, nein. Drei Stück? Ich muss weg. Nee, warum machst du Angst? Wo ist der, der schon angeschlagen ist? Dann nehmen wir... Dann fokussieren wir den. Andere noch schauber. Das Blöde ist, die heilen sich gegenseitig mit diesem... mit diesem Giftzeug, ne? Nee, mit diesem Regen. Wenn wir nach oben mit Stühne machen, dann heilen sie sich. Oh, nee, das wird nix, ey. Das überleb' ich nicht. Oh, fuck. Oh, Mutti, hier sind ganz viele. Oh, Gott. Ist das bei euch, oder? Nein, gar nicht. Einer ist fast tot. Ich habe meinen stahlharten Fäuchten vorbeikommen, glaube ich. Au. Ich habe noch zehn Leben. Ja, heilt war. Früher hier. Äh. So, grüner. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wo, wo, wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Ich will grün leuchten, geil. Mehr, Bruder. Ist einer jetzt tot? Nee, noch nicht. Noch nicht. Och. Wo ist denn der eine? Da ist so ein Stack von Roten. Geil. Direkt gestorben. Hä, hä, hä. Wer ist jetzt tot? Du? Ja, ja, klar. Oh, shit. Oh, ich auch. Ach, nee, das... Ich versuche hier gerade zu heilen mit... Aber das wird nix. Na toll. Das Problem ist halt auch dunkel, dann haben die mehr Kraft oder stärker oder aggressiver. Das heißt, der ganze Loot liegt hier von uns. Ich hab keine, meine Keule ist. Ich lock's immer weg. Da ist sie woanders da. Die sind alle hinter mir her. Dann könnt ihr euren Loot holen. Boah, das ist so. Ich bin eh nackt. Na, hier ist aber noch n... Hier ist noch n grüner. Oh, da ist noch einer. Schön. Der Serker. Oh, der ist n... Die Schamanen sind unmöglich jetzt schon zu erledigen. Wir sind noch zu klein. Ach, Quatsch. Doch, wir sind zu klein. Wir brauchen... Wir brauchen... Das ist halt das Problem, wenn's drei Stück sind. Und da noch die anderen kleinen. Und da noch die anderen kleinen. Ja, also... Dafür sind unsere Waffen noch nicht ausgelegt. Für Dunkelwald. Das kann ich so nicht bestätigen. Wir brauchen die... Wir brauchen die Knochen. Also Schamanen sind noch nicht für uns. Ach, doch. Du musst nur eine... Ein Teil von uns muss mit Bogen schießen und der andere halt mit Schild senken. Ja. Oh, Svensson ist da hinten am Kämpfen. Ich hab kein Leben mehr. Hier ist irgendwo noch ein Schamane. Ich helfe dir am besten. Ich hab ein Tod, aber kein Schamane. Ach so, wir haben einfach mal den... zwei Levels. Hier, okay. In Ordnung. Fischbar. Oh, da ist noch einer. Ah, verdammte Scheiße. Ich hab kein Dings mehr. Ich hab keine Keule mehr. Ich werd mal Richtung Base laufen. Wir hatten doch irgendwo... Wir hatten doch eine Werkbank hier irgendwo. Wo ist die? Die war am Dungeon. Wo ist denn der Dungeon? Ja, gute Frage. Ich hab den auch nicht markiert. Die nächsten drei. Drei sind wieder zwei zu viele. Oh Gott. Oh geil. Ich mach hier kaum Schaden eigentlich. Oh ne, Berserker. Nein, das wird nix. Kein Berserker, Leute. Fuck. Da macht man ja gar keinen Schaden bei dem. Oh nein. Hier, Hackepeter. Mach Berserker. Aber der Schamane heilt sich. Mach nicht so viel Schaden. Ihr könnt doch Eik-Tür aktivieren. Da hättet ihr doch mehr Ausdauer. Oh Gott. Ach so, stimmt. Wollen. Gutes... Nee, nur beim Laufen. Ah. Aber egal. Dann können wir abhauen. Ja, das geht. Ich hau auf. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Es wird Tag. Wir müssten langsam aufhören, so aggressiv zu sein. Stirb! So, ein Schaman ist down. Jetzt wird sie einfach aufhören. Ja. Puh, hier sind Bären. Da ist noch einer hinter, aber das ist ein kleiner. Ja. Nee, doch nicht. Ist tot, gleich. Kleine Flitzpiepe. Ich bin schon wieder voll. Wo war denn jetzt der Dungeon? Nee. Äh, ja, wo war der? Der Dungeon, wo wir gerade waren. Hm. Ja. Ähm. Moment. Aua. Was war das denn? Oh, es war so wild. Ich habe ihn gefunden. Aber die Werkbank ist weg. Shit. Der Uralte. Ach, hier kann man den Uralten markieren an dem Stein. Äh, René, hast du die Werkbank wieder abgebaut? Äh, nö. Hm, da war keine mehr. Naja, okay. Gut, dann Richtung Base. Hier, an dem Stein, habt ihr den schon aktiviert? Das Wegvisier. Okay, ich habe wieder sieben Leder. Ich kann mir wieder ein Oberteil oder sowas machen. Kannst du hier wieder einen Wunsch erfüllen? Ja. Wo sind die anderen Hunde? Hm. Gerade fällt nichts. Habe ich das jetzt markiert oder habe ich es nicht markiert? Siehst du es auf der Karte? Schlumpf wäre, nicht ab Schlumpf wäre. Den Uralten. Ja, den Uralten. Ich habe das Ding schon markiert. Könnt ihr mal kurz pingen, wo ihr was ihr jetzt gerade meint, wo die, also ihr sucht jetzt gerade die Höhle oder was, wo wir gerade waren? Nee, ich habe jetzt hier den Stein für den Uralten für den nächsten Boss. Den Rundstein. Ah, okay. Ja, komm mal hin. Aber muss ich da noch einmal draufdrücken? Ja, einmal E drücken. Ah, okay. Dann ist das automatisch schon. Oh. Das ist jetzt irgendwo, wenn du ein bisschen weiter rauszoomst, im Süden irgendwo den Uralten sehen. Ach, da. Ah, alles klar. Da unten. Tja, dann Wunden lecken und dann Zweiter Boss oder was? Nee, so weit sind wir noch nicht. Tatsächlich, so weit sind wir noch lange nicht. Jetzt müssen wir uns erst mal überlegen, wie wir das Dorf sinnvoll machen. Also auch absichern und und so eine Ressourcen Ach, Mann. Was mache ich denn hier? Ach, drei. Jetzt wird es aber lustig hier. Wir springen doch da hoch. Ich werde sterben. Oh, mein Speer ist kaputt. Ich habe gesagt. Mh. So.